recht herzlich willkommen zur 88 folge von grand age medieval ja wir sind wieder unterwegs und zwar wollen wir oder müssen wir eine stadt übernehmen von bahnabas oder bin ich bahnabas weiß ich jetzt kann ich warte mal gucken nach wenn man statt von unter bahnabas herrschaft nein von bahnabas wir sind ja wer anders ich komme jetzt nicht drauf aber ist egal so diese stadt sollten man die übernehmen wer vielleicht am einfachsten palaisaren zustand 100 prozent da jetzt auch gibt es da noch eine andere stadt oder ist die frage ob der überhaupt eine mauer ist ich hoffe dass unsere verhandlungen erfolgreich sein werden ja das heißt wir müssen jetzt nach mehr aufbauen die wir noch gar nicht haben bis auf eine truppe und das ist nix jetzt ist die frage hier ist nix und hier ist die stadtmauer aus holzpalisaden hier oben haben wir noch eine stadt auch das ist wenn dann hier keine stadtmauer ist dann spricht das ganz klar für diese stadt definitiv hier ist keine zack odessa aber dafür müssen wir noch ein ausrüsten achso so wir hatten mal eine kaserne dann lass uns da leute rekrutieren landwehr ist jetzt bestimmt nicht so der bringer der schon eher bogenschützen nehmen wir auch mit aber uns fehlt die kohle alles klar erstmal geld holen und dafür müssen wir handeln wo es unser händler den wir letztens hatten dieser neu ich weiß es nicht mehr was alle der freie händler ist da ist er das quasi mir karabell auf genau der müsste das sein die noch mal dahin geschickt alles klar dann das mal gerade gucken dass der noch was aufkauft wo jetzt haben wir 28.000 das bier von hier zehn einheiten das ist teuer naja so wir haben da sogar noch einen wagen drauf oder wie sehe ich das ok 91 mit 60 gekauft kann alles weg 123 und 228 gekauft ne das lohnt glaubt nicht oder weg das weg 200 und passt oder mal nach wischen da hoch minz hier oben noch ein paar städte mehr geworden die man jetzt sieht können wir denn hier die straße jetzt bauen eigentlich da oben wenn du dann das nicht hier nach das ja war jetzt nicht so schlau alles zu verkaufen ist egal ja geht ein bisschen was nach 134 auch haben wir schon 100.000 geld geht auch was guck mal drei weg egal achte davon weg läuft mit freude krakau hat gerade noch hungersnot ok guck mal zu das haben wir die hungersnot vielleicht lindern können indem wir dem was zu essen verkaufen aber ich weiß gar nicht ob wir noch was haben ja bier da hat man dann keinen hunger mehr und wenn wir das not haben wir nicht sonst würden wir uns das alle abkaufen bei beiden geht ja gar nichts also so schlimm kann es hier nicht sein nein und wir können jetzt hier mal gerade eine truppe dann noch herstellen die bogen schützen wollten wir da macht da mal zwei geht auch noch mehr nach späer wo man nicht pferde bogen er ist auch cool an landwehr müssen wir noch mal überlegen ja so unser händler nach ja ja müssen wir gleich gucken das geht wo nicht sind wir jetzt los hier oben haben wir noch ein bisschen das lohnt nicht aber der wein verkauft davon noch was 37 ist niedrig 250 wäre auch niedrig zum kratzen im hals ich muss husten Entschuldigung das ging sofort runter okay erledigt weiter geht's exquisit so da eine schaut das geht nicht mein geht achte geht auch ein bisschen hier geht auf jeden fall was naja oder auch nicht nur einer geht für 334 machen das dann auch nur so für zwei einheiten von truppen haben wir schon gucken wir mal 60 weg 18 weg 48 ist dann das ist eine Nullnummer 109 ist auch okay hier essen mit 60 ist günstig das nehmen wir mit 18 das ist okay der rest ist teuer ja die 37 beim holz werden auch noch günstig aber hier das ist noch gut die 56 nehmen wir davon mit alles gut mit so dann ab nach aller das ist ohne einheit fertig worden kann das sein glaubt schon da wollen wir noch welche von haben aber einer nur geht nur also wir wollen mehr aber einer geht nur so hier können wir noch beikaufen dann das wollen wir aber gar nicht das können wir alles hier los werden cool das auch auch weg da geht was 65 hier 80 ist niedrig können wir zukaufen hier sind 60 die sind auch günstig fast so das lasso immer da mein und gucken wir mal hier rein über die einheiten hier bekommen okay das dauert hatten wir nicht noch woanders irgendwo eine kaserne gebaut ich glaube wir haben ja unten irgendwo noch eine kaserne gehabt ne war das in aleppo ne ich glaube hier war eine kaserne ne oder wo war die kaserne das weiß ich jetzt auch nicht da müssen wir mal gucken irgendwo war eine kaserne noch da oder da ne in ismir war einer gut dann mache da auch noch welche gut das war ein speer den wollte ich gar nicht den pferdebocker wollte ich noch mal komm den noch und ist gut so dann haben wir da schon auf jeden fall drei einheiten die schicken wir mal hier oben hin also zwei sind hier und eine da oben sind dann die drei einheiten und ja die sind noch bastelnd läuft so wo sind wir hingelaufen mit unserem händler da ne ja so 165 214 lohnt nicht lohnt nicht da geht ein bisschen was da geht auf jeden fall auch was können wir noch was loswerden für den gleichen preis machen wir auch mal weg damit ja auch 55 verkauft jetzt haben wir gerade verkauft das wollen wir nicht da können wir was einkaufen für 250 der honig geht ja noch oder haben wir schon mehr geht noch das machen wir nicht wir uns zwar günstig aber nicht günstig genug würde ich sagen oder ne nehmt ein bisschen von mit Ah, das war's, ne? Jo, da ist mir einer halt wiedergekommen. Die kommen hier hin. Jetzt ist mir jetzt noch nix fertig. Ist er das? Ja. Ja, krass, mir ist das. Hat doch das Brot, ja. Ist über teuer. Nun, ne, hier wird er, da kann man was loswerden. Hier. Ja, ein bisschen geht, machen wir drei hier weg. Die paar auch noch, hier geht noch ein bisschen mehr. Hier können wir noch was kaufen. Hier geht vielleicht auch noch ein bisschen. Gott, haben wir es. Mit Vergnügen. Da haben wir hin. Und die ist neu in der Stadt. Kann bestimmt viel Geld, ne? Hier kommt keine Truppe raus. Dauert ewig. Vielleicht keine Rohstoffe oder so, weiß ich nicht. Passt. Drohnt nicht. Drohnt nicht. Geht aber sofort runter. Bringt's also auch nicht. Einen davon, dann war's da schon, ne? Dann brauchen wir hier nicht weitermachen, ne? Die Stadt ist erledigt. Gehen wir da ein. Vier Einleiten haben wir. Mehr nicht. Warum geht hier nicht voran? Weil es so lange dauert, okay. Ausgeschlossen. Ja, ja, ausgeschlossen, klar. Krasimir macht er schon, ne? So, da, ja. Verkaufen. Nicht kaufen. Die drei nehmen wir mit. Da können wir was verkaufen. Für 100. Passt. Hier geht was. Hier geht auch was. Da geht nix. Das lassen wir dann so. Kaufen wäre hier. Haben wir. Haben wir, glaube ich, alles gemacht, ne? Genau. So, dann mal nach Aleppo. Stadt kann nicht erreicht werden. Das ist nicht gut. Dann müssen wir nur eine Straße bauen. Zielort ist zu weit entfernt. Ja, das geht dann nicht, ne? Ne, warte mal nach. Wieder weg. Das und das. Geht das? Nö, macht er auch nicht. Okay, dann halt nicht. Klappt also nicht. Das ist der Krasimir. Nein, das ist ein anderer Händler. Da, Aleppo hat die erste Einheit fertig. Oder sind zwei schon? Ja, sind schon tatsächlich zwei. Wir wollen nach Odessa. Das war hier. Aus, aus! Äh, wo war Angriff? Äh, ich weiß nicht wo. Boerzer. Kampf nach Boerzer. Ach da. Der Weg ist das Ziel. Okay, Wölfe sind das. Den kriegen wir jetzt aber gerade kaputt, ne? Läuft. So, die letzten fünf auch noch weg. Drei, zwei, eins. Gucken wir jetzt. Gut. Nein, ich möchte das nicht. So, hier gibt es richtig Warenhaufen. Die holen wir jetzt mal alle weg. Auf dem Weg. Ball, ne? Auf dem Weg. Hast du Ruine? Okay, aber hier muss man Bahnhof irgendwo sein, oder? Ne, täuscht nur. Auf dem Weg. Auf geht's. So, da haben wir richtig abgesahnt. Da ist auch noch einer. Gut, jetzt haben wir eine Million zusammen. Der Weg ist das Ziel. Genau. Obelisk. Schön. Zwölf Einheiten. Ein Sophia ist auch noch was. Frosch im Hals. Die schicken wir auch noch da hin. Und dann müssen wir nachher mal gucken, in der nächsten Folge, wie viele Truppen wir zusammen haben. Und dann wollen wir auch das selber nehmen, ne? Okay, dann würde ich aber erstmal sagen, soll's für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Das ist zum Schluss. Vielen Dank.